Hi Leute! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fortnite Battle Royale heute in der Let's Eyes Edition zusammen mit OmYomYomYomYom statistically Servus Weißt du was ich mehr kaufen wäre? Whatever Ich habe gestern als ich arbeiten war war das meine alte Oma Oh nei, im dead Ich will sofort mit Fallout durchziehen Auf jeden Fall hat die diese in der Powerbank unseren kleinen Mini-Ventilator so zu mitten, weißt du? Das war geil. Scali-Bob-Man? Bei der... Äh... Villa... Sicherweilchen-Villeinbacher. Genau. Ich habe auch das Gefühl, ich nehme jetzt die Folge auf. Und ich werde einfach eine Verbindungsunterbrechung kriegen. Denn immer wenn ich aufnehme, kriege ich einen. Och nein... NEIN! Jetzt fängt das an zu laggen, oder was? Was... geht denn jetzt ab? Ich habe eine Unterbrechung. Ist es jetzt der Scheißernst, Alter? Ich... Deswegen ist, ich bin grad irgendwie voll gehypt auf diesen 10. Wegen Rastischmasse. Eine kleine Anmerkung noch, ich sitze grad im Schnitt und... Während dem Schnitt ist noch ein zweiter Teaser rausgekommen. Also das hier ist der erste. Und das hier ist jetzt der zweite, der heute rausgekommen ist. Und ich finde ihn einfach übel krank. What the fuck? Fortnite, was macht ihr? Wie immer, im Kanal. Mhm. Weil ich garantiert nicht im Kugler sitzen, weil wir das schlimmste Leben als Leben ist. Ich kann nicht über die scheiß Wand rüber. Ist halt ein Schauspieler. Nicht meine... Hilfe, oh nein. Was soll denn? Ich bin so groß. Ich bin so groß. Äh... Soll ich durchziehen? Ja, mach. Stürmt! So, Runde Nummer 2. Äh... Ja, mal schauen. Sehr leid, lasst du das noch. Okay, jetzt Concentration Elevation. Sechs Stunden später. Hier vorne ist Lama. Halt's Maul. Halt dein Maul, lass mich bitte allein. Ich hatte ja früß das Ei. Der müssen chillen, muss auch mal sein. Puh. Ach, keine Ahnung. Ich glaube ich... Ich nehme einfach nur die Charlie & Pee mit. Hast du irgendeine Waffe mit der du sprainen kannst? Ja, die halt. Charlie & Pee. Ja, das geht dann. Hättest du sogar ehrlich die Dings mitgelaufen anstatt Charlie & Pee? Ich muss aber hinrennen. Ich habe... Nee, hab ich nicht. Nee, so. Du bist einfach nur Scheiße. Ich habe halt jetzt nichts für Live Distance gemacht. Egal. Mit Metallbomb. Ich kann ja die Fäße. Egal, lass doch mal hier unten chillen. Auf dem Motto Chilliard. Ach, Jungs. Das finde ich jetzt echt unfair. Das haben wir nicht gewettet. Also auf wen snipen die denn alles? Oh. Scheiße. Nicht so gut. Äh, runter gehen. Ich halte auf den Contest. Ich halte auf den Contest. Komm hier zu mir. Wo bist du? Oh, wir können gleich jetzt auch weiter runter. Oh, Mann. Ich krieg übelste. Überall ab. Mal mal. Wir haben Schacht fest. Achso. Überm Pär? Oder wir unten. Nee, nee. Komm nach hier. Wir sind wieder low. Oh, ja. Warum wirft denn der die zweite? Ich war auf dem Bau-Menü. Ja, ja. Warum kann ich... Ach, das... Ach, du hast schon... Oh mein Gott, Alter. Boah. Hier ist halt hart drin. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Warte. Scheiße. Ich bin... außerhalb der Station. Ja, ich muss nicht weiterscheiden. Oh, verdammt. Ja, ich krieg das raus. Wo häng ich denn fest? LOL. An dieser scheiß kleinen Ecke. Halt's Maul. Hat er einen gescheppt? So ein Scheiß, ey. Da würde ich sagen... Wir sollen uns das nächste Mal bei Let's Schwitz. Und dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns in Season 10. Ciao. Und bei. Und am nächsten Mal... Die Zeit. In der Nähe des不錯tennens... Und dann gehen auf. Maric! Man hat es... ...geschoss Versteck. Bis zum nächsten Mal. Fuck siehörisch. plunger wurde. Per Quang werde. Vielen Dank.